Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Raft und zu einem wunderschönen Morgen auf hoher See. Der Hai ist lästig, habe ich da schon mal erwähnt. Ich hoffe, der kommt jetzt bald wieder, weil wir müssen da noch ein bisschen was abernten. Steine werde ich jetzt mal sein lassen. Ich werde nur mehr Ton mitnehmen. Sand lasse ich jetzt auch mal sein. Ton nehme ich mit und Schrott habe ich mir vorgenommen. Das nehme ich mit und ja, dann ist es gut einmal derweil, würde ich sagen. Komm her. Jetzt haben wir den Räudigen. Hat es wehgetan. Oh, wieder raus aus dem Wasser. Der ist halt extrem lästig, ne, der Bengel. Als wäre es halt echt schon fisch, wenn ich den jetzt mal einfach entweder umbringen könnte. oder wenn er jetzt mal ja so sterben könnte. Na ohne, na, Köder benutzen würde, meinte ich. Ah, da bin ich gerade noch überlegen. Ne, ne, ne. Hm. Ka. Wo ist er denn? Dofi. Habe ich da hinten was gesehen? Nein. Dofi, hi. Uh. Dofi, hi. Wo bist du? Hallo? Da hinten ist er. Ja, wo ist denn der Dofi, hi? Ja, wo ist denn der Dofi, hi? Ja, da schwimmt er. Da schwimmt er, weit weg. Ich gehe mal lieber da raus aus dem Wasser, weil ich ihn nicht sehen kann. Mann, ey, das ist nervig. Wir sind zwar eh voll. Da könnte ich schon mal mutig sein. Dann höre ich, bilde ich mir mal ein, dass ich hören würde, dass er gerade an was nagt. Also am Floß halt, ne. Ist aber immer eine Einbildung, glaube ich. Ich weiß, die Viecher stehen unter Artenschutz, aber der ist echt nervig. Hallo? Da ist er. Da kommt er ja schon. Au. Habe ich ihn erwischt? Ich glaube nicht, der hat uns erwischt, ne. Mistviech. Ich bin mir jetzt sicher, ob es ein Unentschieden war. Ah, das ist nervig. Äh, Durstieg bin ich auch schon wieder. So. So. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt, wenn er mal anbeißt. Sonst wären wir hier nie mehr fertig. Glaube ich. Das ist aber auch verlockend, ihn wieder umzunieten, ne. Echt übel. Komm, Haifisch. Nimm deinen Köder. Bitte. Du darfst ihn essen. Nee. Soll ich ein bisschen weggehen? Ist egal, eigentlich, ne. so, ähm. Wenn ich wissen will, wo der herumkrebst jetzt. Das ist... Da ist er. Jetzt. Haben wir ihn erwischt. So. Jetzt können wir ganz schnell den Ton hier ernten. Und dann wieder schnell rauf aufs Flößchen. So. Da hinten sind wir fertig. Okay. Auf der Seite hier. Da drüben müsste ich, glaube ich, noch schauen. Da wäre sicher noch was, vermute ich. Da sehe ich noch Ton. Jawohl. Passt. Dann gehen wir es an. Sand und Ton. So. Da unten sehe ich Schrott. Schrott brauche ich unbedingt. Gleich ist die Ding kaputt. So. Wo haben wir Nachschuppen? Ja, mehr, 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 mehr. Mehr, 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 mehr. Da haben wir nur mehr Steinchen. Da haben wir auch nur mehr Steinchen. Hier haben wir noch Seetang. Wow. Da ist... Da ist noch Ton. So, und jetzt muss ich weg. Wo ist mein Flößchen? Seetang, 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 Seetang. Ah, er wäre noch beschäftigt. Jetzt nicht mehr. Okay. Das heißt, wir brauchen einen neuen Köder. Und seinen letzten. Platsch. Und dann holen wir uns schnell den Rest und dann hauen wir wieder ab. Das dachte ich schon, ne, cool, da macht gerade Mampfi. Nix da. So. Kann ich mir jetzt die Flasche dann langsam mal... Ich glaube, die müsste schon... Aha, da hat... Ah, unser Fluss, unser Fluss, unser Fluss. Jetzt kommt, glaube ich, zu spät. Ja. Bäm. Bäm. Komm nur her. Bäm. Ach, jetzt war ich zu spät. Oh Gott, da hat es uns schon ganz schön abgenagt hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche ganz schnell. Erste Hilfe, erste Hilfe. Schnell, schnell, schnell. So. Äh, einmal... Ach, was soll's. Ja, damit. Und hier noch schnell, ähm... Hier, Metall. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Äh, Planken. Ich hab noch zwei. Scheiße. Das geht sich... Eines kann ich bauen. Super. Super. Das sind schöne Nachrichten. Ich hasse dich, du Scheißviech. Kannst du denn nicht sterben? Au, das war wieder falsches Timing. Haa. Das wird nichts mehr mit mir heute. Hä? Scheiße, scheiße. Nicht gut, nicht gut. So, zack, 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 zack. Schnell noch das machen. Bis er wieder anknabbert, das... ...den Haifischköder. Und dann holen wir uns schnell den Rest. Und dann hauen wir wieder ab. Ich hätte schon gern mal Dreck. Ich hätte schon gern mal Dreck. Und ich möchte gern die Wiese bauen. Und alles. Kaga. Ja. Na, brauche ich nicht mehr. Gut. Es wäre jetzt auch schön, wenn der Hai sterben wird. Das wäre jetzt schön. So, wir schauen mal da hinten aus. Müsste gleich soweit sein. Dann könnten wir noch nachlegen. Geht schon. Werdet zu baden. Jawohl. Jawohl. Sehr brav. So. Die hauen wir gleich wieder da rein. Die Nägel können wir stecken. Ja, ja, ja. Fein. Ich will es probieren, ob er stirbt. Noch nicht. Jetzt. Jetzt ist er hin. Jawohl. Gib mir deine Sachen. Bam. So, jetzt passt. Jetzt haben wir Ruhe. So. So. Jetzt schauen wir uns da nochmal mit Frieden, in Frieden um. Vor allem hier. Da haben wir noch ein schönes Schröttchen. So. Da haben wir noch Sand. Und Ton. Gibt es vielleicht zufällig noch ein bisschen mehr Schrott? Da waren wir noch überhaupt nicht. Okay. Ich glaube, ich brauche Luft. Dann tauchen wir mal auf kurz. So. Und auf unserer nächsten Reise. Da haben wir Sand. Wären wir dann, glaube ich, schon... Eine zweite Flasche uns bauen. Also nicht fürs Tauchen. Also nicht nur dafür. Weil ich glaube, die wird auch bald kaputt sein. Sondern... Sondern tatsächlich... Dass wir die Tasse jetzt endlich mal los werden. Da ist noch was. Schröttchen. Schönes Schröttchen. Aber das war es dann auch schon wieder, ne? Da haben wir noch ein bisschen was. So. Die Steine, wie gesagt, lasse ich bewusst jetzt liegen. Weil von dem klumpert. Da, schau. Was sehen wir denn da? Da ist noch ein bisschen Schrott. Noch ein bisschen Sand. Noch ein bisschen Schrott. Auftauchen. Luft holen. Und dann noch schnell hier. Das Eck müssen wir noch fertig schauen. Passt. So. Tauchi tauch. Das Eck hier noch. Da haben wir wieder ein Schrott. Sehr nice. Seetang wieder ein Haufen. Dann Sand. Lehm. Also Ton halt, ne? Steine, 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 Steine. Steine, 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 Steine. Was haben wir da unten noch? Da haben wir auch noch einen Schrott. Sehr gut. Schrott, Sand, Ton, 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 Schrott. Noch mehr Schrott. Wieder Luft holen. Dann da hinten nochmal schauen. Ui. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und es wird schon dunkel. Und dann können wir auch schon wieder los. in der Hoffnung, dass wir auf der nächsten Insel Dreck finden. Halt, da war was. Äh, eh. Da ist was. Schrott. Schrott ist wertvoll. So. Dumm, dumm, dumm. Der Schrott ist wertvoll. Aber ich glaube... Bäh. Ich glaube, wir haben's, ne? Wenn jetzt ein, zwei, drei Schrottteile noch irgendwo sein sollten... Egal, würde ich sagen. Da ist noch eins. Ich erwähne's gerade und schon ist eins da. Aha, seetang. Da ist auch noch seetang. Aber das hatten wir schon, ne? Jetzt wird's sowieso dunkel. Das ist für euch auch schwer zu sehen. Jetzt können wir sagen, hauen wir ab. Würde ich sagen. Leinen los. Nochmal eine Kontrolle. Aber ich glaube... Ich glaube, wir haben's. So. Segel öffnen. Äh, nein. So wollte ich eigentlich. Tschüssi. Idiot. So. Unser Segel. Volle Kraft voraus. Ich glaube, so passt es ungefähr. Dass wir da schön den Dreck da drüben mitnehmen können. Passt. Umbauen. Schmelzen und umbauen. Wir haben viel zu tun. So. Die Trophäe packen wir wieder hier rein. Genauso auch das Küpfer. Und die Bolzen. Und jetzt haben wir sehr viel Schrott. Jetzt kann ich mir eine neue Schrottdingens bauen. Blanke brauche ich jetzt noch. Die kriegen wir jetzt eh gleich durch den Müll. Es dauert nur einen kleinen Moment. Dann passt das schon wieder. So. Die Rüben nehme ich gleich wieder mit. So. Die pflanzen wir jetzt auch gleich wieder neu. Neue. So. Zack, 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 zack. Dann bewässern wir das Ganze wieder. Platsch, 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 platsch und platsch. So. Trinken wir gleich wieder einen Schluck. So. Da hinten war die Insel. Gleich mal ein bisschen rumschauen, ob man schon eine neue sieht. Aber ich glaube nicht. So. Schnell das Salzwasser machen. So. 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 Passt, dann müssen wir mal schauen, wohin das Segelchen. Ja. Halt. Noch ein bisschen anpassen wollte ich es in die Richtung. So ungefähr. Ja. Das ist okay. Theoretisch müsste es klappen mit dem Wind. Schaut aber nicht so aus, ne? Oder doch? Halt. So. Ich glaube, so passt's. Gut. Eine Blankenbeute haben wir schon. Nice, nice. Ein Fässchen. noch ein Fässchen, noch mehr Blanken, noch Blanken, Blanken, Fass. Kann ich herstellen, die Metallachst? Nice, nice. Schön. Gut. Ja, der Speer wäre auch schon gut. Metallbahn und Bolzen. Dann, ja, geh weg. Metallbahn und Bolzen. Jetzt muss ich hier mal kurz, äh, Schrott brauche ich, ja. Den Metallbahn brauche ich auch. Das Steinchen darf weg. Das kann dabei auch weg. Das kann auch voll gemacht werden. So, so, so. Wir sind schon wieder hungrig. Ist ja unglaublich. Habe ich meine Tassen mit? Ja. Gemüse fehlt mir jetzt noch. Damit wir gleich wieder ein neues Gemüse-Dingens machen. Und ein bisschen Fisch nehmen wir mit. So, würde ich sagen. Ah, den haben wir eh hier. Da kann ich einen wegpacken. Das passt dann wieder genau. Und einmal, zweimal und einmal, zweimal. So. Dann, dann werden wir jetzt langsam anfangen mit dem Umbauen, würde ich sagen. So. So. Ich brauche meine Schüssel. So, zack. Achso, da fehlen Planken. Uah, ist noch nicht fertig gekocht. Wie kann das sein? Machen wir das so. Dann machen wir das so. Und essen mal nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Lecker Schmeckoschmakofatz. Mal kurz ein bisschen Ausschau halten. Das ist so finster, dass ich nicht viel sehe. So. Sehr gut. Das köchelt schön vor sich hin. Passt. Wir sind so weit einmal gut versorgt. Okay. Metall. Yay. Schmelzi, schmelz. Was haben wir im Fass drin? Stein. Rote Rübe, Blanke, Kunststoff. Ja. Schön. Tak, 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 tak. So. Her mit die Blanken. Da gleich die Schmelze rein. So. Zack, 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 zack. Alles, was wir nicht brauchen, können wir ja wieder entsorgen. Wenn wir sagen, wir haben irgendwo zu viel, kommt das weg. Schrott war dabei. Das gefällt mir. So, ich brauche schon wieder einmal Platz. Ich könnte aber auch gleich ein paar Seile basteln. Das wäre, glaube ich, vielleicht vernünftiger. So. Tap, 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 tap. Das kommt schon einmal hier rein. So. Ach. Flaschen könnte ich schon wieder unendlich viele bauen. So, die werde ich jetzt einmal für uns behalten. Die Tasse kommt jetzt weg, wie ich das schon so oft angedroht habe. So, jetzt kommt sie weg. Gut. Ah, Klipper habe ich noch. Perfekt. Haben wir schon die zweite für die Sauerstoffgeschichte, weil die ist ja auch bald soweit. Da brauchen wir jetzt noch einen Haufen Klipper und dann wird das schon. So. Du, Floßzerbeißer. Du Schircher. So. Haben wir schon repariert, du Mistviech. So. Ist es Insel, 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 Insel. Sieht man hier Insel, Insel, Insel? Nein, noch nicht. Keine Insel, Insel. Okay. So. Zack, 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 zack. Halt. Da geht es weiter. Zack, zack. Blanke, blanke, blanke. So. Aus dem Schrott muss ich jetzt dann bald mal Nägel zaubern. Die Steine kommen weg. Ja, ja. Nervi, Nerv. Das kommt jetzt auch mal weg. Die Kokosnuss werde jetzt mal verknuspern, wollte ich sie gerade. So, nom, 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 nom. Passt. So. Da gibt es schon wieder Nachschub. Sehr, 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 sehr gut. Zack, zack. Insel. Nein, nein, nein. Keine Insel. Okay. Das wird schön gemacht jetzt. Das passt schon. So. Die Axt ist eh bald ruiniert. Das ist auch gut. Das Blatt kommt wieder weg. Das Balmblatt. So, Flasche haben wir da. Genau, das brauche ich dann noch. Passt. Plastik kommt jetzt auch mal kurz weg. So. Dass ich ein bisschen Platz habe, ne? So. Ich brauche jetzt Nägel. Ich würde sagen... Zwölf machen wir mal. So. Daraus bauen wir jetzt wieder unsere Fundation. Ja. Fundation bauen wir da jetzt. Äh... So. Die Fundation. Äh... Und zwar möchte ich gerne jetzt mal wirklich bewusst anfangen, äh... den Stall da zu bauen, sozusagen. Die Nägel nehmen wir auch mit. Da haben wir eh schon ein paar. Gott sei Dank. Der hat nicht mehr Platz gehabt. Das machen wir so. Und zwar... Also alles hier unten möchte ich jetzt mal schön machen. Auch die Netze hier werden befestigt, zeige ich jetzt mal. Aber bevorzugt jetzt mal die Fläche, wo ich gern den Stall hätte, ne? Also falls man wirklich jetzt dann auf Tiere stoßen, dass ich sagen kann, gut... Sind wir schon fertig? Tatsächlich. Ähm... Dass ich sagen kann, okay... Hier können sie schon mal leben. Ohne, dass sie Angst haben brauchen. Dass sie hier... verschwinden. So. Sehr schön, das hätten wir schon mal. Es ist schon mal ein gutes Stück vorwärts gegangen. Insel. Insel, Insel. Insel, Insel. Insel, Insel. Insel, Insel. Insel, Insel. Insel, Insel. Irgendwie trifft ich jetzt so weit weg, oder? So. Ich glaube, so ist okay. Gut. Äh... Ja. Soweit sind wir jetzt mal fertig. Okay. So. Elf Bahn haben wir noch, aber Schrott ist Mangelware. So ein Schrott. Und ja... Jetzt wäre es auch bald wieder Zeit, was zu essen. So. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen Platz. Ja. Schaut nicht blöd aus. Dann würde ich sagen... Können wir ja schon mal langsam mit dem Umbau beginnen, ne? So. Also wie gesagt, ich möchte hier dann gerne... Hier müssen wir die nächsten... Insel! 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 Ahoi! Auf einmal tauchen sie auf, ne? Halt! Darüber. Sofort! Das ist, glaube ich, zu viel gewesen. So. Glaube ich. Und das Paddel auspacken. Planschi, Planschi, Planschi. Da ist ne Insel. Schaut auch sehr groß aus. Vielleicht haben wir Glück einmal. Halt das da mal Dreck oben. Ich glaube, kein Mensch freut sich so über Dreck wie ich. Halt! Ich gebe das mal ein Stückchen. So. Alter. Jetzt wird's übel. Sind wir gestrandet? Boah. So. Ja, ich glaube... Ungefähr... Können wir's lassen. So. Hui. So. Das hätten wir mal. Neue Insel. Super. Das geht echt... Ich hätte das gleich so machen sollen. Ich trottel. Mit ner Segel. Wofür hab ich's denn, wenn ich's nie benutze? Schlau, Fuchs. So. Dann sammeln wir nochmal hier unseren ganzen Dreck hier ein. So. Dann ist das wieder schön leer. Ja, da fallen schon die Dinger weg. So. Kann ich hier kurz was... Nein. Ich schmeiß hier kurz was rein. Zwar das Seil. Das brauche ich jetzt momentan nicht. Und hier die Platteln. So. Schnell aufheben, was wir da verloren haben. Ich glaub, das waren Planken. Ja. Das geht dann mal überhaupt nicht. Die brauch ich nämlich alle. Bäm. Kunststoff... Kunststoff... Kunststoff war auch dabei. Der ist buggy. Macht nix. Der wird sich eh bald wieder auflösen. So. Kartoffeln hab ich auch mit. Das passt genau. Kann ich mal wieder welche anpflanzen. Und halt. Die Rüben auch noch dazu. So. Und gießen. Das ist jetzt das Praktische. Wenn man jetzt da... Zwei Flaschen haben. Jetzt geht das mit dem Auffüllen viel schneller. Gott sei Dank. So. Fertig. Und für uns natürlich auch noch zwei Schlückchen. Die haben wir uns verdient. So. Gut. Äh. Plan. Etwas, das ich nicht habe. Ein Plan. So. Ähm. Insel erkunden. Ne? Wie schon so oft. Ich sollte davor noch vielleicht was... Aha. Da hab ich vielleicht das Glück. Dass ich nix bauen muss. Was hab ich denn da zusammengeschoben? Bin ich bescheuert? Kann ich den umstellen? Habe ich Platz? Ja. Ja. Dass ich den verliere da noch. Weil der hat mir ja... Da war schon nicht so billig zum Herstellen. So. So. Ein Stück weiter weg. So. Okay. Passt. So. Da kann man problemlos rauf. Das freut mich. Das ist eine feine Insel. Ähm. Schauen wir doch gleich mal, ne? Platz hab ich keinen. Verdammt. Moment. Langsam. So. Jetzt haben wir eh schon gestrandet. Jetzt passt das schon mal. Zurecht drücken. So. Ich möchte sowieso mal... Ein Scharnier brauch ich. Seile brauch ich. Ich möchte sowieso jetzt mal eine Vorratskiste hier oben hinpacken. Ich möchte das ja mal schön machen. Jetzt langsam, ne? Das heißt... Einen Baren opfere ich jetzt für eine... Nein, brauche ich nicht. Trottel. Äh. Seile. Die wollte ich. Wieviel brauche ich da? Vier Seile. So. Und so. Einmal Truhe. Genau. Weil ich muss ja oben eine hin platzieren, damit ich ein bisschen Platz hab, ne? Schnapp, 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 wie das ausschaut. So. Und zwar die Vorratskiste. Die könnten wir... Vielleicht ein bisschen... Na, das passt eigentlich schon so schön zentral. Das ist gut. Da können wir uns ein ganzes Mampfi reingeben, ne? Das ganze Mampfi plus Schüssel. So ein Dreck halt, ne? Da kommt die rein. Jo. Ist gleich mal ein guter Plan. Hm, apropos Mampfi. So. Zack, zack, zack. Dann kann ich hier auch schon mal... Was ich auch machen muss, ist hier unbedingt ein Schild. Aber wer weiß. Vielleicht mach ich das ja auch noch weg. Kann ja sein. So. Ich brauch mal mein Essensgeschichtel. Hier. Nein, nicht zu machen. Ja, so ist gut. Äh, ich brauch... Ich werd gleich mal die hier mitnehmen. Die mach ich gleich oben rein dann in die Truhe. Äh, ja. Und ess mal hier schön. No. Ess das mal weg. Dann kann ich hier mal schon diese Monsterdinger auch mitnehmen. Das wollte ich jetzt eigentlich während der Reise machen. Ist mir natürlich super ausgegangen. Hat man eh schon gemerkt, dass das super funktioniert. Mahlzeit. Ja, ist klar. So. Einmal reparieren. So. Passt um. Köchelt schon. Dann voll der Stress gerade wieder, ne? Hey, ich will das haben. Ja, genau. Den Kunststoff kannst du da reinpfeffern. Den brauchen wir eh nicht. So. Zack, zack. Zack, 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 zack. So. Passt das soweit zu dem. So. Mal schnaufen. Weil ich möchte hier auch nämlich gerne den Tisch dann hinstellen, ne? So einen schönen Ess. Also hier so ein Tisch dazwischen. Wäre cool, wenn der Kabel nicht wäre. Aber vielleicht stört er gar nicht so. Und dann den Ess-Tisch halt, ne? Mit ein paar Stühlen rundherum. Das wäre sicher schön. So. Gut, das ist mal der Plan. Äh, genau. Mein Bunker. Mein Essensbunker. Also hier kommen die Fischsachen hin. Da kommt das Gemüse hin. So. So. Gut, das kann ich mal essen. Schmatzi, schmatzi, schmatz. Passt. Dann möchte ich auch gerne hier einen Reiniger noch herstellen. Das wäre mir auch ein Bedürfnis, ganz ehrlich gesagt. Das möchte ich auch gern haben. Hier generell wieder so Fenster-Fenster, weißt du, ne? So wieder hinten. Fenster-Fenster. Ein Gang. Auch hier mal, dann irgendwann eine Tür mal rein, vielleicht sogar. Ja. Oder den Reiniger platziere ich hier. Das könnte ich auch machen. Dann ist es kompakter. Na, wenn ich den Tisch hier haben will, dann geht das nicht. Oh Gott, das ist vielleicht zu viel Planung. Ich müsste die Truhe drehen. Ich müsste die Truhe drehen. Warte mal kurz. Montieren wir die mal kurz weg. Ich muss die tatsächlich... Wie geht sie auf? Eh so, ne? Passt. Die muss tatsächlich so her. So, ja. Schön randig, würde ich sagen. Dann geht sich vielleicht mehr aus. So. Genau, das ist besser. So. So, weil vielleicht brauche ich sogar noch eine zweite. Dass ich eines aktiviert mit... Oder drei, vielleicht eines mit Gemüse, eines mit Obst und eines mit Fisch. Das könnte man machen. Das geht sich aus hier. Hier der Tisch. Das passt der Reiniger. Dann da drüben von mir raus. Ist gut. Kann man machen. Okay. Jo, wir sind gestärkt. Ich sollte wieder auf die Insel, ne? Ich sollte schlafen auf die Insel. Ich sollte alles gleichzeitig machen. Das wäre vernünftig. So. Da haben wir schon wieder was fertig. Da kann ich gleich hier Nachschub holen. Ähm. Eins. Zwei. Drei. So. So. Und so. Das passt genau. Dann kann ich mal unseren Vorrat hier ein bisschen dezimieren. So. Und auch hier gleich die Gemüsesuppe. Hier holen wir uns gleich Nachschub. Das geht ganz gut jetzt eigentlich. Muss man sagen. Das geht ganz gut. Bin zufrieden. So. Kartoffel, Kartoffel. Und rübe, rübe. Tschüss. Jawohl. Das geht ganz gut. Ist auch nicht so weit zum Laufen. Das geht. Das passt. So. Das zu dem. Ich werde mich noch einmal stärken. Und dann brauchen wir noch Wasser. Wasser, 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 Wasser. Wasser, 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 Wasser. So. Weil ich bin durstig. Dann können wir praktischerweise das Salzwasser nehmen. Zack, zack, zack. Ja. Das ist eine sehr gute, sehr gute Investierung gewesen. So. Passt. Ähm. Jo. Viel zu tun. Einmal kurz pennen. Dann wird es wieder hell. Dann können wir... Oh, der Bad ist schon wieder zu Ende. Dann können wir die Insel erkunden. Und ja. So schaut ungefähr mal der Plan aus. Jo. Gewisse Dinge müssen halt unten bleiben. Wie das hier. Aber das kann ich ja abgrenzen dann später. Hier so ein kleines Räumchen machen. Weil hier haben wir eh schon die Pfosten quasi. Dass ich dann hier so eine Absperrung mache. Für die Viechleinzenden, Zaun oder so. Dass sie hier nicht raus können. Ne. Mal schauen. Gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.